Und jetzt zugeschaltet aus Berlin ist eine Politikerin, die gerade verhandelt über die neuen Grenzwerte für Cannabis im Straßenverkehr. Die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine Lüttke. Guten Abend, Frau Lüttke. Geht es bei diesen Verhandlungen eigentlich auch um neue Grenzwerte für Fahrradfahrer? Der THC-Grenzwert, das ist natürlich einer, der vor allem die Fahrerlaubnisverordnung, also den Führerschein betrifft. Das heißt, es geht hier in erster Linie um das Führen von Kraftfahrzeugen, nicht um das Thema Fahrradfahren. Also bekifft radeln, wie ein Polizeigewerkschafter das im Film gerade bei uns formuliert hat, bekifft radeln bleibt okay? Nein, also ich finde die aktive Teilnahme am Straßenverkehr, sowohl das Führen eines Kraftfahrzeuges oder auch eines anderen Fahrzeuges, ist natürlich immer schwer risikobehaftet. Und daher sollte man auf keinen Fall berauscht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Und da kann natürlich auch das Fahrradfahren ein schwieriges Thema sein. Aber das ist ein Appell, den Sie da gerade formulieren. Dafür gibt es dann eben keine so knallharten Grenzregeln wie zum Beispiel für Autofahrer bei den Radlern, richtig? Naja, ich sage jetzt mal, ein Auto zu fahren ist ja schon auch nochmal etwas anderes, als mit dem Rad unterwegs zu sein. Aber wir schauen uns das natürlich auch im Verlauf der Verhandlungen genau an. Ich denke, die Kollegen im Verkehrsausschuss werden da ja praktikable und umsetzbare Lösungen finden, damit eben der Straßenverkehr auch weiterhin sicher bleibt. Denn darauf kommt es ja an, dass der Straßenverkehr sicher bleibt und niemand berauscht eben aktiv am Straßenverkehr teilnimmt. Und umso mehr frage ich mich jetzt, schauen wir mal genauer auf die Autofahrer, dass die Arbeitsgruppe des Verkehrsministers, ihres Parteifreunds Wissing, vorgeschlagen hat, die Grenzwerte Cannabis für Autofahrer anzuheben. Ja, das ist richtig. Das war ein Teil der Cannabis-Gesetzgebung, denn der bisherige Wert ist ja noch gar nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern der ist durch die richterliche Rechtsprechung entstanden. Das ist ein Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Das war der bisherige Richtwert. Das ist natürlich, wenn man die Verstoffwechselung von Cannabis anschaut, ein Wert, das ist der erste, der überhaupt messbar ist und der sagt eigentlich gar nichts über den Rauschzustand aus, sondern das kann auch allein durch Restabbauprodukte im Blut zu diesem Grenzwert kommen. Und jetzt hatte diese Arbeitsgruppe den Auftrag, eben einen praktikablen Grenzwert festzulegen, der dann relativ sicher sagen kann, dass eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr bis zu diesem Grenzwert noch möglich ist. Jetzt soll aber der neue, gesetzlich dann festgelegte Grenzwert dreimal so hoch sein wie der bisherige, richterlich festgelegte. Experten sind da ja nicht einhellig mit einverstanden. Und die Frage stellt sich, ob die deutschen Autofahrer plötzlich drogenresistenter geworden sind? Naja, also der Wert, über den wir gesprochen haben, diese einen Nanogramm pro Milliliter Blutserum, das ist der erste, den man überhaupt feststellen kann. Der hat überhaupt keine wissenschaftliche Aussagekraft. Und jetzt gibt es eben zum ersten Mal einen Grenzwert, der klar regelt und sagt, okay, bis hierher gibt es wenig Beeinträchtigungen. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich zu viele Beeinträchtigungen, sodass der Straßenverkehr mit dem neuen Grenzwert 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum durchaus sicher bleibt. Denn wie gesagt, der Wert, der bisher in Praxis, in der richterlichen Praxis angesetzt worden ist, der hat keinerlei wissenschaftliche Aussagekraft, sondern es ist der erste überhaupt nachweisbare Wert im Blut. Und er sagt überhaupt nichts darüber aus, wie lange her der Konsum von Cannabis ist. Das kann mehrere Tage sein. Und er sagt eben vor allem nichts darüber aus, ob sich die Person aktuell in einem Rauschzustand befindet. Interessant ist ja, Frau Lüttke, dass der ursprüngliche Vorschlag hätte von der Grenzwertekommission des Verkehrsministeriums kommen sollen, die sich schon vor einem Jahr dazu gefragt hat. Und die konnte sich nicht wirklich einigen. Jetzt gibt es von der Arbeitsgruppe einen liberaleren Vorschlag. Müssten Sie da nicht lieber vorsichtig sein im Straßenverkehr? Also wenn wir uns mal im Vergleich die Grenzwerte von anderen Nationen anschauen, dann liegen wir mit dem 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum durchaus im Mittelfeld. Es gibt andere Staaten, da sind die Grenzwerte deutlich höher gesetzt. Und da kommt es jetzt auch nicht zu deutlich mehr Unfällen im Straßenverkehr. Also glaube ich, dass die Kommission einen doch eher konservativen Wert angesetzt hat. Und mit dem können wir aber dennoch gut arbeiten. Ich persönlich hätte mir auch einen minimal höheren Grenzwert vorstellen können, denn der 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum, der entspricht ungefähr 0,2 Promille. Schauen wir nochmal kurz auf die Radlfahrer und den Alkohol. Das ist eine häufige Unfallursache bei Radlern, wie wir im Film gesehen haben. Der Grenzwert für Radler liegt im Moment bei 1,6 Promille, Alkohol im Blut. Die Innenminister der Länder haben schon vor zehn Jahren gefordert, dass dieser Grenzwert gesenkt werden soll. Das hat auch gerade der Gewerkschafter der Polizei bei uns im Film gesagt. Machen Sie das, den Grenzwert für die Radlfahrer senken beim Alkohol? Da würde ich an die Verkehrspolitiker verweisen. Das ist keine Aufgabe, die wir im Gesundheitsausschuss durchführen. Und es ist auch keine Aufgabe, die im Rahmen des Cannabis-Gesetzes jetzt ansteht, sondern das muss man sich nochmal extra anschauen. Und da vertraue ich auch auf die Expertise der Kolleginnen und Kollegen. im Verkehrsausschuss. Danke nach Berlin, Christine Lüthke. Sehr gerne. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.